Hallo zusammen, CryptoBall. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder ein Video machen. Ich habe zwar fast die Power, oder fast die Lust verloren, um Videos zu machen, weil... Ich habe mich wieder an einem Punkt angekommen, wo es halt einfach langweilig ist. Der erste riesige Artikel ist rausgekommen auf 20 Minuten. Das ist zwar schon vor ein paar Tagen gewesen, aber... Das Bitcoin hat übrigens... Das Bitcoin in 20 Minuten hat übrigens schon etwa drei oder vier Bitcoin-Artikel-Post. Das hier ist einfach der neuest. Es hat auch noch andere, die peinlicher sind. Hier... Bitcoin in 20 Minuten suchen und man sieht... Sie haben schon so eine komische Trader-Story, die einem erzählt, wann ich einen Ruhestand gehen kann. Über Weihnachten sind viele Leute richtig reich geworden, am 28. Dezember. Das ist der, den ich offen habe. Und... Das ist dann, wo er auf 33'000 war. Jetzt ist er eben auf 40'000. Das ist um 20 Minuten wieder ein Artikel-Wert gewesen. Müssen wir das Ganze schnell reviewen. Die Digital-Währung... Bei den Digital-Währungen gibt es im Moment keines halten mehr. Das ist korrekt. Es werden immer neue Höchststände markiert, gesetzt, erreicht, gereached. Vor allem mit dem Schwergewicht Bitcoin. Okay, okay. Fair enough. Der Gesamtwert erreicht nun eine neue Marke. Was sehen wir hier? Hier ist ein Bitcoin-Mensch, der am ATM Bitcoin kaufen will. Von dem gibt es sogar ein Video. Ich habe mal ein Review gemacht vom ATM in der Kanabar unter dem Marzili. Wo es zu Bayern eine hat. Wo man sich das geben kann. Mit ein paar Geld direkt Bitcoin kaufen. Hier sieht man ein weiteres Screenshot von dem. Ja, das ist genau die gleiche ATM. Genau das, was ich gebraucht habe. Das sind Symbolbilder. So sieht kein richtiger Bitcoin aus. Also schauen wir den Text an. Der Asche für Bitcoin geht weiter. Am Donnerstag ist eben die älteste und bekannteste Kryptowährung. Die erste. Die Mutter von allen. Ohne den würde es das gar nicht geben. Ohne Bitcoin würde es alle anderen Coins gar nicht geben. Die Coins. Die über 8000 Coins hier. Wo wir hier nur die ersten 100 sehen. Sie erst entstanden wegen Bitcoin. Ohne Bitcoin würde es sie nicht geben. Auf der Plattform Bitstamp ist er 4.000 Dollar gewesen. Aktuell ist er ein wenig runtergefallen wieder zum Glück. Für die, die noch kaufen wollen. Keine Financial Advice. Knapp 38.000 runtergefallen. Bitcoin zu hoch ist bei 40.300. Das ist glaube ich auch schon mal überboten worden mittlerweile. 12% am Tag. Das ist absolut absurd. Absolut Moon. Lunatic. Mooning. Moon Landing. Oder Mooning. Landing weiss ich nicht. Das habe ich dann auch noch besprochen, wo das er landen wird. Was sagt diese 20 Minuten oder drastische Kurserstörung hat auch andere Digitalwährungen erfasst. Ja das kann ich so erklären. Wir sehen hier. Hier ist ja die 24 Stunden Änderung. Und dann sehen wir. Bitcoin Diamond hat in den letzten 24 Stunden fast 70% gepumpt. Horizon hat fast 40% gepumpt. Dash 30%. Bitcoin Cash 20%. Erstaunlicherweise hier als kleine Side-Info. Bitcoin Diamond. Bitcoin Cash. Bitcoin Gold. Das sind alles Bitcoin Forks. Das sind. Die nehmen den Brand von Bitcoin. Die klauen den Brand von Bitcoin. Und das sind Forks von Gold. Die haben den Gold von Bitcoin geforgt. Also kopiert. Und den eigenen Bitcoin daraus entwickelt. die aber natürlich nie den gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Wert hat. Wie das original Bitcoin. Sondern die Leute die jetzt von Bitcoin gehören. Die jetzt bei Google Bitcoin eingeben. Und denken sie müssen Bitcoin kaufen. Kaufen zum Teil die hier. Oder sind zum Teil schnell verwirrt. Ob das der richtige ist. Und meinen vielleicht das ist der richtige Bitcoin. Und kaufen wegen dem eben das. Und darum haben wir dort so Pumps. Und auf dem 7 Tag. Also die letzte Woche ist das hier die Ansicht. Sehen wir eben. Nano hat über 140% Pump. Maker über 130. Bitcoin Diamond ist auch hier oben im Pump. Und da siehst du die richtigen Pumps. Sozusagen. Und das ist eben bei den anderen. Ja. Wieso pumpen die so mehr als Bitcoin. Weil. Es sind viel kleinere Market Caps. Der ganze Wert vom ganzen Coin. Also die 430 Millionen. Die hier in Nano reingesteckt sind. Es braucht viel weniger Geld. Um. Die. Die Menge zu bewegen. Also wenn ich hier mit. 2 Millionen reinkomme. Kann ich. Oder mit 5 Millionen vielleicht. Kann ich aber schon einen rechten Einfluss. Und kann den Preis schon aufgetreiben. Im Unterschied zum Rang 1. Zum King of all Kings. Zum Bitcoin. Mit. einem Market Cap von. Mittlerweile über 700 Milliarden. Dort kann ich nicht so schnell. Etwas machen. Dann muss ich viel machen. Bis der Preis sich da bewegt. Oder. Gut. Der Bitcoin. Er hält schon seit einiger Zeit von Rekord zu Rekord. Im vergangenen Jahr. Hat er mit dem. Ja. Das Jahr 2020. Ist eben. Das Jahr gewesen. Wo er 300% gestiegen ist. Ähm. Auf Jahressicht. Hat sich sein Kurs in dem Sinne. Verfeifffacht. Oder. Uh. Ja. Andere Digital. Ich schreibe es nochmal. Genau gleich. Andere Digital Währungen. Oft profitiert. Und ja. Die nach dem Markt hat halt zurückgerast die. Kryptowährung. Ethereum heisst die. Aber Ether heisst die Einheit. Also die Währung. Ethereum heisst die System. Die Plattform. 1 Ether schicke ich dir. Du schickst mir 2 Ether zurück. Hat eben jetzt. Eigentlich der Bust. Der Boom eigentlich jetzt gehabt. Ist auf dem Weg zum Alltime High. Alltime High ist etwa 1400 Dollar. Und Ethereum hat. Ist vor einer Woche im Fall. Noch bei. Ist noch weit unterwegs gewesen. Also hier. Sehen wir. Was. Ja. So um die Weihnachten. Also so Oktober. November. Ethereum Preis. 300, 400 Dollar. Dann eben mit dem Bitcoin. Basst. Im November. Auf 4, 500 Dollar. Aber jetzt. Letztens. Wir sehen ja hier. Wie das Steilberg aufgeht. Ja. Hier sehen wir es nicht so gut. Aber hier. Einfach. Gerade kurz. Kurz. Wirklich so eine. Auch so eine. Parabolic Pump geben. Also wirklich. Überfälliger Pump. Wir haben schon lange. Ethereum. Sehr sehr sehr. Extrem. Höch geglaubt. Und. Was ich mir gesehen. Bei 500. 600. Und wir sind. Auf. Eben. 1200. Wir sind schnell verdoppelt. Jetzt in den. In den. Endjahrestagen. Eben. 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 Ich habe meine Kamera. Abgesteht. Machen wir auch meine Bilder. Ähm. Kritiker warnen hingegen vor der Blase. Okay. Die kommen immer die Kritiker. Ähm. Weil der Kurs. Als Stück. So stehlich. Von Bitcoin. In Bitcoin. Sind jetzt die. Die Werte hoch gegangen. Das Internet Portal. CoinMarketCap. Das ist ja das hier. Was ich da offen habe. Das ist die. Grösste. Coinseite. Sie ist jetzt kürzlich redesignt worden. wegen dem sieht sie viel geiler aus wirklich schönes design das ist die apple schrift die passt gut zu den iphone apps und so die heisst sf pro für die was wollen wissen ja das ist der höchste wert vom gesamtwert ok 1044 billionen oder was trillions sind ja ok um 20 minuten können wir hier von einem koma ausgehen was bei den amis oder bei den germans mehr so ein tausiger zeichen ist das wäre million das wäre milliarden auf deutsch und billionen auf englisch und das wert trillian auf englisch und eben billion also sie sagen es ist jetzt knapp über eine billion ist sehr verwirrend vor allem noch in die richtung dass man meint 1000 billionen was ist das überhaupt ok das wäre eine billiarde auf deutsch das wäre in dem fall 1,4 billiarde weil wenn ich aus 20 minuten lesersicht kein intelligence bildungsadvice oder so lese ich will da niemand dissen falls das jemand irgendwie arrogant findet wenn sie das machen ähm ja dann ist das so dann hit den subscribe button dann kannst du noch mehr arrogant videos reinziehen äh der wert ist jetzt eben derzeit auf die alle existierenden ja also interessant es ist einfach der ganz market cap also der ganz market cap ist schnell hochgegangen wenn ich hier auf drei monate gehe ja weil das so lange gezogen ist wird man das nicht so gut sehen aber was wir doch hier sehen ist der parabolische stelle move und wir sehen hier das 2017er all time high oder ja anfangs januar ist es auch noch mal time high gesamt weil dann natürlich von bitcoin aus die tall coins ist bevor so viel geld aus der markt raus ist dass wir hier gecrasht sind aber jetzt ist viel geld in die markt reingegangen und jetzt haben wir ja wir sehen hier im dezember mitte dezember 500 milliarden halben monate später guten halben monate das doppelte 1 billion oder 1 trillion auf englisch die verwirrung ist schon extra vom finanzsystem geschaffen habe ich das gefühl weil die haltet schon mal viele davon ab so grosse zahlen überhaupt auseinanderzuhalten okay coin market cap hat eben 8200 ja korrekt digital währung wie bitcoin rief jetzt eben die gespalten reaktion hervor die anhänger gehöre dazu die gesehen hoffentlich alle wo der channel schauen sie auch anhänger in und innen gesehen natürlich die zukunft wiesende technologie wie eben blockchain wo alles darauf passiert aha ja das ist so und verwendet werden internetwährungen als spekulationsobjekt ja es wird immer spekuliert es gibt es gibt leute die kommen nur zum spekulieren ich persönlich bin nicht nur zum spekulieren da ich bin da zum in einem system wo long term viel wert wird haben für den ganzen planet das ganze universum ich möchte bei dem teil dabei sein ich möchte in das system investieren und ich möchte in zukunft von dem wert natürlich auch profitieren aber ich bin nicht am spekulieren klar bin ich am spekulieren und am hopium und hoffnung haben dass es in zukunft etwas wert wird haben aber die spekulanten sind die die also hier kaufen hier verkaufen jetzt dann wieder kaufen dann warten bis es zwei drei tausend stunden aufgeht dann wieder verkaufen aber die spekulanten die brauchst also der masterplan von bitcoin ist so dass es alle umschliesst alle bevölkerungsschichten und alle arten von menschen und am anfang bevor bitcoin überhaupt etwas grösser war als in ein paar nerdkreise unterwegs hat es keine spekulanten geben keine trader trader sind aber erst so 2000 vielleicht 13 14 hat es einfach trader geben hat es einfach tradingseiten geben hat es einfach exchanges geben hat man einfach fibonacci kurven und trading technical analysis machen geht den preis runter hat man einfach signal das gehört alles dazu die die schicht brauchst du einfach auch also die bevölkerungsschicht oder dieser typ mensch muss auch angezogen werden vom ganzen bitcoin wie auch jeder andere aber klar die können wir spekulieren und es sind auch die die dafür sorgen es halt hoch und runter geht es halt hin und her ist aber nichts abnormales das gehört zu einem freien markt dazu und ja es gibt keinen freieren markt als bitcoin weil bitcoin ist von keinem staat kontrolliert von keinem gesetz kontrolliert und so weiter also zunehmend werden sie jetzt kommt eben ein wichtiger punkt wo der 20 minuten redaktor aufpasst hat zunehmend werden sie als absicherung gegen kursschwankungen von anderen finanzanlagen gebraucht weil die us notenbank drückt wörtlich oder in realität drücken sie geld und wenn sie ein stimulus check ausstellen also wenn sie jedem ami 1800 dollar zu stecken dass er über krisen kommt dann sie einfach mehr geld drücken dann kreieren sie wert out of thin air also ähnlich aus dem nichts wird wert kreiert das wird heissen 1 dollar kauft weniger über das habe ich auch schon mal ein video gemacht über inflation 10 franken habe ich hoffe jetzt noch gleich in zürich in zürich kostet in zürich schon 11 franken in ein paar jahren wird in zürich standardmässig überall 11 oder 12 franken kostet in zürich 15 franken das ist die kaufkraft die ein wenig abnimmt durch die inflation das wird natürlich auf die andere seite auch dazu führen dass bitcoin schon mal wegen der inflation immer einen höheren dollar wert wird haben da ist auch schon die inflation am werk aber wenn die amis offensiv dollars printen und stimulus checks verteilen dann wird die inflation schnell steigen und was das für eine Auswirkung auf die bevölkerung hat muss ich gar nicht einfach erzählen dafür kann ich mal noch ein separates video machen aber spoiler alert ähm bevölkerung wird sozusagen abgezockt weil sie bekommt geld und kann dann mit dem geld wo sie täglich lebt und kauft und sich versorgt kann sie dann weniger machen verliert dann einfach kaufkraft es ist eigentlich eine bereicherung für den staat währenddem die bevölkerung noch das gefühl hat der staat hilft der bevölkerung in dem man geld gibt aber in Tat der Wahrheit ist es ist es ist es das gegenteil also wenn man klaut vom volk in dem in dem in dem ja das ist so es ist so es ist etwa vielleicht so ein beispiel wenn man etwas spontanes hinbekommt ist es so wie wie ein sirup das volk hat ein sirup und der staat sagt dem volk gebe dir jetzt mehr sirup dass du mehr sirup hast aber statt dass der der staat mehr sirup einschenkt schenkt er mehr wasser ein und das volk hat das gefühl ah ja klar ich habe jetzt immer mehr sirup aber es ist wasser es ist weniger sirup drin es ist verdünnt gut gut und wegen dem genau will man eben vielleicht sich absichern und wegen dem natürlich die investoren die von dem schon gehört haben oder von dem schon angst haben oder von dem sich eben schon absichern natürlich falls das wirklich so ist die eben sichere ähm finanzanlagen kaufen und das ist gold zum beispiel das sind bonds das ist aber noch eine eigene geschichte und das sind eben die neuen kryptowährungen das digitale gold wie vor allem bitcoin nächster satz kritiker waren hingegen vor der finanzblase ja das ist immer eine blase alles ist eine blase das ist alles relativ ähm kryptowohl ich kann dir sagen aus welcher sicht dass es für mich eine blase wird für mich ist es im moment noch keine blase bei 40.000 ist es keine blase hier ist es hier ist es bei ja so bei 11.000 12.000 13.000 ist es dann anfangen zu blasen werden weil dann hat jeder nur noch gedacht wir gehen zum Mond wir gehen hoch wir gehen durch das Universum und dann hat man dann gemerkt jetzt sind wir overboard jetzt sind wir crazy darum haben wir dann auch einen crash gegen runter jetzt hier wir sind hier man kann das kann man nicht unbedingt aber wir können es probieren dann wo wir angefangen haben mit dem bullrun sind wir bei etwa 1.000 1.000 war wie das neue all time high nachher sind wir weiter 2.000 das ist etwa die situation wo wir jetzt haben wir jetzt all time high doppelt überschritten das haben wir jetzt mit 40.000 unser 20.000 all time high überschritten ähm und dann haben wir dann gedacht nein das ist noch keine blase wir gehen weiter von diesen 2.000 hat sich dann der preis knapp verzehfach sagen wir fairerweise verneunfacht aber wir können etwa annehmen dass er sich jetzt wenn es so ist wie dann würde er sich jetzt noch verneunfachen und für das muss ich ja nur mit Taschenrechnern und kann ja einfach kein zauber 40.000 eingeben weil das haben wir im moment circa mal er würde sich für 10 fachen daher wären wir bei einem Preis von 400.000 dollar pro bitcoin mitgehen und dann hätten wir die Spitze vom nächsten Bullrun erreicht von dem Bullrun und wer dort verkaufen kann hat er best gemacht aber wie gesagt das ist schwierig zum treffen aber was ich auch noch sagen zum Thema Blase es wird dann wenn wie also bei mir hat es jetzt schon angefangen es schreiben mir Leute ich bekomme auf Instagram Nachrichten habe ich eigentlich vorher nicht gross bekommen weil ich von Leuten Krypto fragen also es hat das ja ein bisschen angefangen aber jetzt bekomme ich sicher mehr und Telegram Gruppen von mir hat Zuwachs bekommen und auch sonst Kollegen und Umfeld und Familie begann sich zu interessieren für Bitcoin und Krypto also das sind so ein bisschen erste Anzeichen von Blasen aber richtig schlimmer Blasen wird es wie wenn du ein Zahnarzt bist und die Zahnarzt kann nicht anders als im Smalltalk Bitcoin erwähnen so crazy hat er sich das reingezogen letzte Nacht oder so extrem wichtig ist es für ihn dich zu wissen es ist diese Option übrigens jetzt gibt es im Fall zieht er das mal reinfricht wo steht er da das verändert dein Leben ähm oder wenn der Taxifahrer von Bitcoin anfängt zu erzählen du kannst natürlich diese Konfrontation ich mache das im Fall gar nicht ich bin zu fest im Rabbit Hole ich muss gar nicht gross mit Leuten über dich reden es nervt mich sogar also ich gebe gerne Auskunft dazu ich rede gerne über das alles aber ich gehe nicht offensiv alle gerne nerven damit aber man kann ja man kann es schon ein wenig antreiben man kann zum Beispiel falls die Gastronomie mal wieder auftut auch fragen kann ich hier mit Bitcoin zahlen so als Witze nur und das kann dann je nachdem beim Barmann schon eine Reaktion auslösen sagen ja Bitcoin ja im Fall ich habe es rein gezogen ja gesehen man das ist ja sehr heim ich habe gedacht es ist zu spät zu kaufen dann fängt das dann rauszufinden ah ja shit jetzt ist wirklich jeder langsam darüber reden und jetzt sind wir langsam ein wenig bubbly unterwegs also jetzt sind wir da jetzt sind wir da aber ja das kann man nie sagen aber ich sage meiner Meinung nach kein financial advice nicht dort Leute die fragen ist es zu spät zum kaufen kann ich jetzt noch kaufen denen sage ich ganz klar es ist noch nicht zu spät das einzige was man kann machen das erste mal kauft man ja nicht einmal sondern man kauft ja jede Woche oder jeden Monat mit einem gewissen fixen Betrag und dann trifft man auch einfach immer einen gewissen Ort und hat im Schnitt auch einen guten Preis aber wenn man kauft kann man immer wenn es pumpt würde ich nicht kaufen das ist so eine einfache Faustregel weil dann trifft man es meistens hier oder hier und dann wenn es eben so zurückfällt wie hier zum Beispiel dann ist dann immer ein Moment zum kaufen und dann hat man im Schnitt statt dass man immer hier oben gekauft hat hat man dann tendenziell einen ruhiger Ort gekauft und insgesamt im Schnitt dann noch besser einen Preis also jetzt im Moment weil wir ja jetzt ein wenig runter sind hier in einem Tag so auf der Tagesansicht wäre jetzt ein super Moment zum Kaufen hier ist eine super Correction wir haben von über 40.000 das ist eigentlich das Alltime High ever gewesen im Fall hier oben 41.000 wo steht das Alltime High das wollte ich schauen irgendwo hier muss das Alltime High stehen alltime high alltime high alltime high alltime high nein das muss doch irgendwo sein show more Ja, das ist überall das. 41.946, also fast 42.000 Dollar. Und wenn wir jetzt von dem Ort, wo wir das verwischt haben, schon wieder auf 37.000 sind, das ist genau die Correction, die wir zum Einkaufen wollen. So würde ich es mal machen. Und dann ist es einfach auch wichtig, um zu wissen, für was kaufe ich überhaupt Bitcoin. Ich kaufe Bitcoin, für nachher bei 50.000 wieder zu verkaufen, wo die eigentlich 10% Profit machen. Meiner Meinung nach darf man das, darf man das, ich verbiete es niemandem, aber Bitcoin ist ein Long-Term-Investment. Bitcoin wird jetzt in diesem Bullrun vielleicht 100, vielleicht 200, vielleicht auch nicht erreichen. Und dann wird wieder eine Phase von der Abcrash erreichen. Dann wird wieder so eine Phase kommen, wo es ein bisschen runtergeht, und irgendwann heimert es dann wieder, vielleicht geht es nicht mehr so lange, vielleicht geht es länger, der Bear Market. Und dann geht es dann auf die nächste Bullrun, und das geht vielleicht etwa 5 Jahre. Aber dann sind wir dann auf einem neuen Level, vielleicht sind wir dann schon dann auf der Million oben, vielleicht gehen wir dann nach dieser Million ein bisschen wieder ein bisschen so und ein bisschen so, und dann pendeln wir uns bei 400.000 irgendwo rum. Und dann gehen wir dann nochmal ein bisschen. Also die Bullruns werden eigentlich auch immer weniger volatil. Das heisst, die Bullruns, die man hier gar nicht mehr sieht auf der Karte, weil sie so klein sind, die sind prozentual viel mehr hoch und viel mehr runter gegangen, als dieser hier. Und darum kann man auch an, dass dieser, also der, der jetzt hier am Laufen ist, der wird nicht mehr so gross sein, wie dieser hier, aber nur relativ gesehen. Also währenddessen hier noch ein von 1.000 auf eben fast 20.000 sind wir gegangen, ein 20x gemacht haben, ja, können wir vielleicht sagen, okay, gehen wir von hier, ja, es ist so schwierig, aber vielleicht gehen wir eben nicht mehr auf ein 20x, vielleicht gehen wir auch noch auf ein 10 oder 12x oder so, aber ein bisschen so muss man es verstehen. Wissen wir noch bis von 20 Minuten? Ja, es sind extreme Kursschwankungen, aber die extremen Kursschwankungen sind wie gesagt am kleiner werden. Und früher, kann ich auch schnell zeigen, in den good old times, ist einfach wie Bitcoinpreis 600 und dann 3000 in einem halben Jahr. Oder? Der Bitcoinpreis 70 Dollar und dann schnell, ups, 900. das ist, das sind, das sind, das sind mehr als 10x, das sind, das ist September 13, Dezember 13, das ist ein verdammter massiver Bullrun. Und heutzutage sieht man den nicht mal mehr. Heutzutage ist der unsichtbar, wenn ich hier wieder auf All gehe. Der ist hier irgendwo unsichtbar. Man sieht ihn ganz klein. Und der nächste sieht man auch nicht wirklich. Erst auch im 17. sieht man wirklich. Okay, hier ist schon ein bisschen Bullrun gewesen. Und vorher, wie gesagt, vorher ist gar noch nicht der Moment gewesen, um Bitcoinpreise richtig zu handeln, Bitcoin richtig aufzuzeichnen. Also die Aufzeichnung fährt im 13. an, aber Bitcoin ist schon 2009 erfunden worden. Es hat lange gebraucht am Anfang, bis etwas passiert ist. Hier noch die Umfrage, 30% haben Bitcoin, das ist viel, denkt man, aber die Schweizer wissen halt wieder. und ein Teil haben Altcoins, Shitcoins. Ich mache jetzt ja noch ein Video, was für Shitcoins man sich gönnen sollte, weil ich nicht finanziell weiss, natürlich, wie immer. Verkauft, das ist auch so etwas, oder? Bitcoin ist nicht etwas, was man verkauft, auch wenn man Gewinn macht. Man geht nicht, man geht nicht nachher weg und widmet sich etwas anderem. Bitcoin ist sooo... Bitcoin ist etwas, was entweder zu Millionen geht und sich als riesiges digitales Gold und Wertanlage und Safehaven und überhaupt Konzepte von Wertaufbewahrung für die Menschheit und für das ganze Universum etabliert oder es geht zu Null. Aber im Moment und seit seinem Beginn ist es nur hochgegangen, weil der Bitcoin ROID das ist Return of Interest meines Wissens von Anfang an. Ja, das stimmt aber gar nicht. Das ist irgendeine neuere Aufzeichnung oder vielleicht von dem Jahr, aber es sind einfach Tausende, zig Tausende von Prozent. Es ist das erfolgreichste Asset der Welt. Tesla-Aktien ist nichts dagegen. So. Und das ist nicht, weil wir einfach so am spekulieren sind auf Bitcoin. Das ist weil Bitcoin zur Wiederholung schnell, ich muss mich selber daran erinnern. Scarce ist begrenzt, limitiert, 21 Millionen, nicht mehr. So viel davon im umlaufenden Kreislauf, im Supply. Oben zweieinhalb Millionen Bitcoin, die noch nicht gemeint sind wurden, die noch gemeint werden, in Zukunft. Zum Wissen ist einfach auch noch gut, mindestens fünf Millionen oder so von Bitcoin last forever sind. Weil die sind am Anfang von ein paar Nerds irgendwie vom Laptop gemeint wurden. Die Laptops sind auch nicht aufbewahrt. Sie haben nicht an das gelobt. 2011, 12 haben sie vielleicht mal wieder auf den Preis gekriegen gesehen, oh shit, das Zeug hat ja jetzt 120 Dollar Wert. Die, die es natürlich noch aufbewahrt und noch hatten, sind Millionärer geworden und mittlerweile Milliardärer. Die anderen haben das Laptop nicht mehr. Sie sind vielleicht dann auch noch eingestiegen, weil sie gedacht haben, es ist noch nicht zu spät. Aber ein paar haben gedacht, es ist viel zu spät. So wie es jetzt wieder Leute denken, viel zu spät. Hier haben auch viele Leute gedacht, es ist viel zu spät. zu Recht, weil hier ist es ja dann runtergegangen. Aber viele haben immer noch hier gedacht, es ist zu spät. Viele haben hier gedacht, es ist zu spät. Man kann es nie wissen. Man soll es als grosses Ganzes anschauen und als long term. Und eben, ein Asset, das nicht vergrösserbar ist, nicht erweiterbar ist, es kann niemand mehr drücken. Es kann nicht jemand sagen, jetzt finden wir bei Gold kann das passieren, es kann Gold auf dem Mars gefunden werden, zum Beispiel und zwar viel, weil ich kann Gold in grossen Mengen Tonnen, wie es Gold auf die Erde geschaffen wäre. Der Goldpreis wird an Boden fliegen, wenn das passiert. Es kann auf der Erde irgendwo Gold gefunden werden, im grossen Stil. Wir wissen es nicht. Wir wissen mathematisch programmiert technische Sicherheit, dass es limitiert ist. Und es hat es eben noch nie gegeben auf dem Planeten Erde so etwas. Und darum ist es so neu. Und dann gar nicht anfangen zu reden von es kontrolliert kein Staat, es ist unabhängig, es ist demokratisch, es ist für die Leute, for the people, by the people, es wird von einer Non-Profit Organisation verbessert und entwickelt und gewartet und es ist unzerstörbar, noch so nebenbei, by the way, ein Land oder eine Firma können es nicht zerstören und wenn es ein Unternehmen wie Facebook oder Amazon würde die Arbeit oder die Leistung auf sich nehmen, so ein weltweit universelles Zahlungssystem aufzubauen, das von Person zu Person funktioniert und kein Mittelsman braucht, die ganze Technologie aufzubauen. Das Unternehmen wäre viel mehr wert als der ganze Market Cap. Moment ist der Market Cap 700 Milliarden Jetzt wollen wir schauen. Das ist ja der Win-Win für die die Social Media besitzen oder Hause aber Bitcoin besitzt eben niemand und wie gesagt die Leistung vom Aufbau von dem Netzwerk erstens mal von dieser Idee von dem Konzept und dann vom Aufbau und von der Verteilung von Dezentralisierung von dem ganzen System weltweit das ist eine Leistung die viel mehr wert ist als wir im Moment immer noch Heim das ist wahrscheinlich Trillionen wert mindestens so viel wert wie Apple wert ist und das werden wir auch sehen in Zukunft bis dann würde ich weiterhin einfach YouTube Videos schauen Money Rules ist auch ein Kanal wo es mehr um Money geht generell aber der hat dann nur noch Bitcoin Büro Bitcoin Kanal hat neben dran sonst ziehen ich meistens Ivan und Tech Videos rein um die täglichen News informiert über die täglichen Bewegungen ist so wie die Tagesschau und ja wenn du weiterhin informiert bleiben über Krypto so einiges in der Woche abonniere den Kanal like das Video weil du hypes Bitcoin indirekt ich kann schon meine Telegram Gruppe joinen wie es viele so Hype Boys im Moment machen von deinen Shitcoins erzählen ja fühl dich frei in dem Sinn bis zum nächsten Video